Hallo ihr Lieben, hier ist Ingo von Trickverrat. Ich habe heute eine kurze Nachricht für alle unsere YouTube-Hörer. Und zwar werden wir ab sofort das Veröffentlichen von Podcast-Folgen auf dem YouTube-Kanal einstellen. Hintergrund ist, dass wir in der letzten Folge und auch schon früher mal nachgefragt haben, inwieweit für euch der YouTube-Kanal überhaupt wichtig ist. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir relativ wenig Downloads haben, also relativ wenig Leute über den YouTube-Kanal, den Podcasts, sich anhören. Und im Grunde genommen ist es ja auch vollkommen richtig, denn YouTube ist ein Videokanal und Podcasts sind etwas, was man sich nur anhört und nicht anschaut. Insofern völlig logisch, dass wir dort kaum Zugriffszahlen haben. Nichtsdestotrotz füllt uns das natürlich den Kanal ziemlich und wir brauchen unseren YouTube-Kanal natürlich auch, um uns selber zu promoten, also für unsere Zauberei. Und deshalb wird es ab sofort Videos in Bezug auf Trickverrat nur noch geben, wenn es auch tatsächlich etwas zu sehen gibt. Reine Audio-Podcast-Folgen wird es ausschließlich auf der Seite www.trickverrat.de geben. Und natürlich könnt ihr über euer iPhone oder über euer Android-Handy, eurem Smartphone den Podcast abonnieren. Das ist eigentlich am bequemsten, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Wie das geht, es gibt Links dazu auf www.trickverrat.de. Da klickt ihr oben im Menü auf Podcast, da sind direkte Links auf iTunes bzw. auch für Android-Handys, ist da alles schon mit drin. Also ganz einfach, da könnt ihr das dann entsprechend mit einer App abonnieren. Und darüber hinaus habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, euch entweder in unseren Newsletter einzutragen auf www.trickverrat.de. Dann bekommt ihr nicht nur euer kostenloses E-Book, Marketing Ideen für Zauberkünstler, sondern auch noch zusätzlich die Möglichkeit, immer wieder regelmäßig an neue Folgen erinnert zu werden. Ja, letzte Möglichkeit ist unsere Facebook-Seite, auch dort einfach oben in der Suche Trickverrat eingeben. Wenn ihr da auf Gefällt mir klickt, wir veröffentlichen jeden Sonntag, wenn die neue Folge kommt, dort entsprechend einen Hinweis. Ja, ansonsten bleibt es dabei, jeden Sonntag kommt eine neue Folge. Die heutige Folge ist übrigens richtig spannend, ein Interview mit Stefan Weigelt. Er ist Steuerberater und lässt richtig coole Tricks und Tipps raus, wie ihr Geld sparen könnt bei der Steuer. Schaut es euch an, nein, falsch, nicht schaut es euch an, hört es euch an. Denn schauen geht ja jetzt nicht mehr und bis bald, ciao. Ciao. Ciao.